So, salves Willkommen zurück bei Planet... ...Zeit 2! Nein! Äh... So, wer hat da einen? Was ist denn hier los? Oh, hier wird gebusht! Ähm... Ja, dann... Könnt ihr... Oben rüber, seitlich... Hm... Ich weiß nicht... Fangen wir mal als Spion an... Gehen wir alle Klassen irgendwie ein bisschen hoch... Nö, 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 Panzer! Nein! Wo ist der Fahrradabier? Da gucken sie Leute... Ach... Ich hasse das immer, die Explosionen! Können sie aufhören, Fahrzeuge zu sparen und alles da durchzuschütteln? Und warum steht der Sandra überhaupt hier? Nicht hier! Nö, 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 nö! Okay... Und ich habe mich auch ein bisschen schon eingeschossen. Ich habe gerade zuvor ganz kurz ein bisschen gespielt. Deswegen... Irgendwo da vorne liegt noch eine Panzer-Mini. Ja, da irgendwo... Ähm... Hm... Warte mal... Ich hasse den Kollegen, Harry, sah! Oh Gott! Das war eine schlechte Idee! Ich bin hier rum... Hier rum, runter, rum, runter, rum... Okay... Hm... 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 Okay, okay... Ich will als Spion irgendwie pushen. Warte, 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 warte... Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz... Tschüss! Viel Spaß hier! Ähm... Kann ich da... Ja, das da kann ich... Alles... Decken... Hm... Warte... Natürlich! Hm... Spion? Wo ist der Spion? Irgendwo, wo ein Beacon aufgestellt wird! Und warum hast du mich da rüber gescrollt? Warum hier? Hier... Aber der Sandra dauer nicht! Gut, so dann gehst du Sandra dauer! Ah, da drüben ist der Sandra... Hm... Okay... Gibt du noch andere Basen? Hm... Ah... Hier habe ich gerade keine Lust zu kämpfen... Okay, okay... Ähm... Sie werden tatsächlich zurück... Wirklich? Ich weiß nie, wenn der mit dem Raketenwerfer schießt... Deswegen... Hier ist ja niemand... Das wird blöd! Hm... Haha... Einfass... Eins nutzen, um in Deckung die zu gehen... Ich geb dir keine Deckung! Haha... Okay... Es ist gerade... Sogar ohne hat sehr kajotisch... Ähm... 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 Eigentlich müsste ich eigentlich doch rüber... Ja, der Sandra ist echt scheiße... Ja, ich weiß... Aber ein Feind... Mir egal... Ähm... Ähm... Eigentlich müsste ich von... Da oben... Natürlich... Rein zufällig trifft... Natürlich... Wie willst du mich verarschen? Rein zufällig hierher geschossen... Und getroffen... Ah... Wie... Fertig... Mein Wegpunkt geht mir auf die Nerven... Äh... Das ist nicht mehr! Doch, das geht! Come... Ah... Ah... Aha... Naokaki da... Hm... Lass mich, dass da ein Kollege noch rüberfährt... Ich pushe den da drüben wieder. Warte, Banzo nennen. Ah, ich haus jetzt immer wie ein Zwackl. Okay, äh, die Position stimmt ja nicht mal. Die Position da drüben, äh, der zeigt an, als wäre ich da drüben gestorben. Äh, ja, da ist er nicht gehohnt. Der ist runtergelaufen. Den hoch kommt er nicht. Der rennt da rüber. Nicht mir erleuchten, Mensch, bist du ein Vollpfeife. Ja, da war er. Alter. Oh, das könnte ein Feind sein. Ich muss jetzt mal ein eigenes Team vorlegen. Okay, die Flanke. Da ist sicher irgendein Spion. Deswegen hoch ich gerade. Ja, da sind noch die Fahrzeuge. Ich muss vorbei, Entschuldigung. Die haben da eine Base aufgestellt. Natürlich bewegt er sich in dem Moment. Ja, kannst du. Ja, bleib entweder stehen, oder bewegt die. Aber nicht beides. Wenn er sich bewegen soll, bleibt er stehen. Wenn er stehen, äh, wenn ich denke, er bleibt stehen, dann rennt er. Menno, darf ich einmal endlich spawnen. Ich will vor. Mir egal. Ich muss vor. Fliemann, komm, komm. Wo ist das Fliemann? Scheiße, will ich sagen. Mensch, ich habe ihn gerade gesehen. Der Teamkollege sitzt davor. Du kannst ihn ja wenigstens messern. Oder sehe ich das falsch? Ich helfe zuerst immer meine Kollegen in der Flanke. Wie denn da? Oh, ne. Da ist wer mit der Tassenwaffe hinter mir. Da sind es drei Spione. Oh, nein. Da wieder ein Spion. Alter, Sander Spione. Okay, dann bin ich nicht Spion. Äh, aber da ist kein Sanderer nichts vorne. Warum stürmen wir hier? Hä? Okay. Ich weiß nicht, warum wir hier überhaupt buschen. Ich mach mal mit Sanderer. Cool. Hier, Reparatur. Bitteschön. Da oben ist übrigens ein Panzer. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Und ein Sanderer. Yippiei. Yippie, yaya, yippie, yippie. Ich muss beschütze dich. Ich muss so vorsichtig sein beim Zugfahren. Der bleibt jetzt hier stehen. Der repariert mir eine Wunde. Das Interessante ist immer noch, dass genug Spione da sind, aber keiner, die irgendwo ein Sensor aufstellt. Wirklich niemand. Das ist hochinteressant. So, ähm, welche Richtung bitte buschen wir? Ich bin ja nicht umsonst Reparatur-Sanderer. Okay. Fangen wir so hin. Zack. ich helfe dich. Weiß ich, wir brauchen mal, uitk Punkte auf. Wie haut das? ja so unterstützt man zumindest die fahrzeuge warum da hinten da ist kein fahrzeug ich hätte die ich sollte noch mal eine Nein, äh, Granate. Lalalala. So, langsam mal Fahrzeuge aufbauen. Und Punkte verarmen. Äh, wer sieht denn da immer Füße? Jetzt treffen ich eigentlich nur die Denkraketen, oder wer? Weil genug rausfährt. Oder ein Sniper. Mhm. Mein Sonderreich muss ihn retten. Hm, brauche keinen Rett. Ich brauche ihn nicht retten. Guck mal da, dem geht's ja gut. Den geht's ja ganz gut. Okay, unsere Fahrzeuge pushen eigentlich ziemlich gut. Schau mal an, die haben die Päscher im Team. Äh, wenn der Panzer pusht, oder irgendeiner, push ich gleich mit. Ich will dann nämlich vor zum nächsten. Ja, er pusht. Dann pushen wir. Jaaaa. Was zum Teufel war. Ach so, das da drüben ist explodiert. Hahaha. Uh. So, dann stellen wir hierher. Und... Da kommt sogar eine Mechs. Dann die noch... Da wird die Mechs auch repariert. Hahaha. Hahaha. Äh, die Fahrzeuge pushen. Dann pushen wir mit dem... Den... Den... Den Panzer unterstützen hier. Ja, kommen wir. Keine schlechte Position. Die Konter leider schlecht in Sandra aufbauen. Schlechte Position. Aber wenigstens eine Position. Ich kann da drüben nicht aufbauen. Finde ich nämlich nur auf die Range von dem anderen Sonder. Okay, ich könnte jetzt dahinter aufbauen. Aber der wird schon vorher da drüben aufbauen. Und das ist eigentlich in Ordnung. Das ist ja so. Ja. Aber... Dann fahren wir mal hier auf. Oder? Ja, wenn sie halt A-Punkt stürmen, dann habe ich ein Problem. Aber okay. Kümmer mit an. Okay, dann haben wir mal taktisch Max, taktisch, ist so ein Max eigentlich nicht, aber Max habe ich schon lange nie mal gespielt, ja, als rote Mendein, als Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, hoch, ist mir egal, da drinnen sicher nicht. Nein, einfach nur nein. Danke, das war euch ein besseres Ziel. Jetzt bräuchte ich die Reparatur irgendwoher. Nein. Warum hat doch niemand Reparatur? Aber ein Sanitäter haben wir dabei. Okay, wenigstens etwas. Ich würde da gerne so rüber gehen und so schießen, aber da steht ja da, die hier zu liegen. Man bräuchte einen Ingenieur. Ah, da kommt ja wer. Ja, da ist ein Ingenieur und nichts tut er. Ich bin vielleicht. Nein. Warum haust du von einem Feind? Oh, wie idiotisch bist du? Oh nein, ein Feind kam. Ich ergebe mich. Mensch. Komm runter. Wirklich. Wirklich. Deshalb sage ich auch dumme Sanitäter. Die haben ja kein Gehirn schmolz. Okay. Eigentlich will ich rauspuchen. Der Sandra steht da nicht so ganz gut, aber auch nicht schlecht. Eigentlich habe ich ihn in die Ecke gestellt wegen der Sandra. Äh, nicht wegen der Sandra. Äh, Fahrzeuge. Damit wenn Fahrzeuge hier schießen, müssen sie immer repariert werden. Aber da ist ja kein Fahrzeug. Ja, danke für's im Weglaufen. Die Ingenieurs brauchen ja noch Reparaturpunkte. Also, ich lasse mich ein bisschen anschmieren. Ah, klar, klar. Ja, danke. Cool. Oh, gegen den Panzer habe ich aber keine Chance. Komm, wir gehen wieder zurück. Gegen den Panzer lege ich mich. Einer merkt nicht an. Äh, unser Sandra, der Sandra da hinten wird attackiert. Schieß auf mich! Schieß auf mich, Panzer! Auf mich! Nicht den Sandra! Auf mich! Verdammt! Ja, da schießt der Panzer rein. Das Panzer schießt die immer noch rein. Oh, da kommt der Zweiter, was reinschießt. Ah, ich bin nicht da! Ah, da probieren wir. Nicht, die kommen da nicht dazu wegen dem Scheiß-Panzer! Ja, da vor dem Fenster steht, das ist wirklich... ...dienlich. Oh! Jemand repariert bei meinem Fahrzeug... ...seine Fahrzeug. Also, bei meinem Sandra-Panzer. Ich kann nicht reden und sie gleich konzentrieren. Ja, jetzt brauche ich eine Konzentrierung aufballern. Waaaaa! Minigun! Hehehe. Hehehe. Puh. Hehehe. Das war zum Beispiel Taktin-Chi. Jetzt bräuch ich... Oh, shit. Um, 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 um. Die Hosses, wenn die mir in den Weg laufen. Ich schaue mal dort. Ich hoffe, dass niemand von hinten kommt. Jetzt. Danke Schatten, danke Schatten. Da, und. Von ausladen. Schaut, die ist weg. Ich kann um die Ecke nicht schauen. Schatten. Oh, natürlich kommt da kein Kollege in dem Moment. Warum? Er kommt. Danke für den Weg laufen. Da, da kommt gleich. Nein. Ich hoffe wirklich drauf, dass er hinter mir immer sichert. Aber ich bräuchte nicht nachladen, denn eine Waffe hat immer mehr Munition als die andere. Das heißt, ich schieße immer durchgehend. Und hinter mir ist eigentlich auch eine Max. So könnten sie eigentlich... Noch kommt da niemand. Kein Schatten. Da aber. Ja, deswegen sollte man nicht direkt hier stehen. Deswegen stehe ich auch hier, damit die Explosionskraft nicht wirklich viel Damage macht. Schatten, das ist nicht vor dem Punkt. Ich habe gerade gesehen, wie die da oben sind, wo nicht viel Schatten sind. Okay, Nebel also. Dann nutzen wir den für uns. Ja. Der kommt gleich mit dem Raketenwerfer hier. Schau. Ups. Das ist der Nachteil bei Miniguns. Tja, das ist das Problem, wenn ein Raketenwerfer nicht funktioniert. Der Panzer da drüben noch nicht sorgen. Andere Seite. Der Prada kommt ja hier. Hä? Er probiert wegzulaufen. Ihr Arme. Minigun. Such den Gießen. Hier kommt er nicht. Warte mal, vorbei. Die doch auch nicht. Ja, mal schauen, was mir der Nachteil macht. Normalerweise genau. Ich will das da. Das da. Oh nein. Die müssen da schwer verletzt reinkommen, damit die Kollegen eine Chance haben. Max, hör ab. Hm, das war schlecht. Ich muss ausweichen wegen den Kollegen. Ja, du kannst dir schon ein Schild aufstellen, aber du hast da ein Problem, denn da schießen eine Minigun auf dich. Oder Panzer. Das ist ein Problem für mich. Oh, die kommen ja rein. Das haben wir gleich. Los. Kopfschüße, ganz viele Kopfschüße. Denn ansonsten ist Team X besser. Geh mal da wieder in Deckung, Kollegen. Die was reparieren. Die Bons da draußen helfen uns sogar. Denn sie können nicht mehr stürmen. Schau, wir nehmen ihn in die Möglichkeit zu stürmen. Du bist gut in Deckung. Sehr nice. Ich lenke sie ab. Nein, nein. Ich hatte meine Heilung nicht ganz fertig. Also die Wiederbelebungs-Dings da. Oh, sie haben oben den Punkt verloren. Ups, drauf habe ich jetzt nicht geachtet. Aber okay. Das war sehr nervenaufreißend. Okay, wir würden uns sagen, damit sieht man sich im nächsten Video. Servus.